Also die Kleidung ist gut, wenn sie sauber ist, wenn sie von den Farben her noch in Ordnung ist, also nicht verwaschen oder verblichen. Verwertung ist der Zusammenschluss gemeinnütziger Alttextilsammler in Deutschland. Also zum einen ist es uns ganz wichtig, die Verbraucherinnen darüber aufzuklären, was eigentlich mit Textilien am Ende der Kette der Nutzungsdauer passiert und eben auch zu einem nachhaltigeren Konsum sensibilisieren. Leider gibt es schwarze Schafe, die tun so, als wenn sie gemeinnützig wären. Wir sind tatsächlich gemeinnützig. Jedes Textil, das an einen Verwertungssammler gegeben wird, wird für soziale Zwecke eingesetzt.